Dann zum Thema, wie kann man seine Freizeit aktiv verbringen, sprechen und dann kurz darstellen, wie die Situation in Manama ist. Danach möchte ich einige Vortrag und Nachtrag nehmen und dann meine Meinung zu diesem Thema sagen. Also ich persönlich regelmäßig Sport treiben, zum Beispiel ich regelmäßig jeden Tag Sport mit meiner Freundin. Mit einem Freund, ich spiele bei Minden und in meinem Hammerland viele Leute spielen, in meinem Hammerland spielen viele Leute Remington. Badminton, Badminton, Fußball, Badminton und Fußball. Fußball. In meinem Hammerland auch nehmen viele Leute an dem Programm. Ich spiele die Mardons, Mardons auf der Straße oder Yoga in dem Garten. 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 Ja. 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 Ich spiele in meinem Hammerland. Ich spiele in meinem Hammerland. Die Vortale ist, man will gesunde Lebensleisten und uns annehmen. Aber abnehmen, du willst abnehmen, of course, in a new way, annehmen ist ein normales Weg, du willst abnehmen, 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 die Natal sind, man wird abnehmen. Und nicht konzentrieren. Zum Schluss, ich sage Ihnen meine Meinung, meine Meinung ist sehr wichtig, sodass man nicht seine Freizei verschwenden. Nicht verschwenden, das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Okay, guys, if you don't see Nachteile here, because the topic actually is all about the Vorteile, ich sehe hier keine Nachteile. Für mich gibt es keine Nachteile, wenn Sie ja auch vorstellt werden, warum nicht? So, in this topic, aktiv, man bewegt sich, wenn Sie also bei Sega, geht's hier noch about the sport, is it also about the sport? No, but it's active, it means spazieren, gehen, zusammen, etwas unternehmen, to do something, ja? Aktiv, das heißt, man bewegt sich, der movement, ja? Man bewegt sich, es muss kein Sport sein, ja? Wenn wir am Strand spazieren gehen, das ist kein Sport, aber wir sind aktiv, genau? Ja, oder wenn wir zum Beispiel, ja, spazieren, oder noch etwas Sport ist aktiv, im Park, am See, at the lake, am Strand, ja? Nicht nur Sport, oder ich sehe keine Nachteile, das ist gut für die Gesundheit und für die Psyche, Psyche und Psycho und für die Health. In Sachen quê? Aktiv, aktiv, was nicht mehr mögen. Ja, im Axis, muss partei dich nicht mehr nimmst, was nicht mehr н掰掰, total? Ja, gar nichts mehr, wirklich? Ich möchte gerne von meinen persönlichen Erfahrungen zum Thema, welchen Einfluss hat ein Chef auf die Motivation der Mitarbeiter sprechen und dann kurz darstellen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Danach möchte ich einige Fahre und Nachteile nennen und meine Meinung zu diesem Thema sagen. Ich persönlich hatte einen guten Chef, wenn ich ein Praktikum gemacht habe, das gefällt mir gut. Und in meinem Heimatland hängt von innen ab. Ein Portal ist, wenn man gute Motivation bekommt, wird man seine Arbeitsleitung verbessern. Wenn der Chef so viele Motivation gibt, wird die Mitarbeiter abhängig von Motivation sein. Meine Meinung nach, kann die Motivation das Arbeitsklima machen, weil die Mitarbeiter gute Stimmung haben. Damit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte Sie für das Thema interessieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Arbeitsklima für das Thema ist. Arbeitsklima für das Thema ist. Arbeitsklima für das Thema ist das Thema. Okay, so nach Zeit, wenn Sie nicht zu viel Motivation haben, weil Sie nicht zu viel Motivation haben. Ich werde das nicht verstehen. Ich werde das nicht verstehen. Ja, ja, ja. Okay, ja, ja. Interessant. Always, wenn wir listen in der Examen, your friends, notizen, make notizen, you know, what to ask for. Can you explain once again, guys, please, when you listen in the Examen, make notizen, and then if you didn't understand, you can also say, because it's basically important that you, man spricht, man kommuniziert in the Prüfung, ja. Ich habe das nicht verstanden. Oder, was meinst du? Kannst du das noch einmal erklären, but not repeat the same that you understood, but maybe you didn't understand, ja. Okay, so Alvin, Alvin, ich finde, dass du einen guten Vertrag gehalten habe. Hast. Hast. Ich habe noch eine Frage. Was meinst du? Wie wird die Situation sich in Zukunft entwickeln? Ich habe noch ein Thema. um sich aktiv zu sein. Wie ist das Thema? Was man über die Technologie oder die Kinder, die Kinder, die Kinder und so weiter? Ja? 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 In Zukunft? Ich finde, es ist möglich, aber wie es ist möglich, mehr Menschen werden Happy, oder, was Sie müssen, es soll schlafen, wie genau sie beantworten können, wie es das zu sagen, wie es das zu machen kann. Ich weiß nicht. Oh, das ist eine tolle Frage. Ich weiß nicht. Wie kann man diese Situation unterschreiben? mehr Menschen, weltweite Menschen, aktiv oder was oder wie? Ich komme direkt in die Hand. Und ich weiß nicht, er hat keine Ahnung, wie er deine Frage beantworten soll. Er hat keine Ahnung. Könnte hier jemand diese Frage beantworten? Kann ich nicht sagen, ob ich es nicht sagen kann. Es ist nichts, es ist nicht so passend zu diesem Thema. Ja? Ja? Technologie, education of the kids, about the online classes, for example, can be also the topic like, ja? Online Unterricht oder echte oder real, und so on. Dann kann ich das in den Video. Eine andere Frage, bitte. Ja? Ja? Uh, you can ask them in Malaysia, what is it? Because he was talking about himself, yeah? What he's doing. You can ask how people spend, or Malaysians, or how the students, or the students, and the other students, or your friends on campus, or your family, or the normal way, Wie verbringen Sie Ihre Zeit? Es ist mehr Rettung, ja? Wie kannst du deinen Freunden aktivität verbringen? Oh, nein, nein. Wie verbringen deine Freunde Ihre Zeit? Wie verbringen deine Freunde, deine Freunde, ihre Freizeit? Oder sind deine Freunde aktiv? Sind deine Freunde in der Freizeit aktiv? Like this, simple, simple. Sind deine Freunde aktiv? Wie verbringen deine Freunde in der Freizeit? Ja, mein Freund liebt in der Bürger zu banden, aber ich mag es nicht. Normalerweise schreibe ich mit anderen Freunden, mit anderen Freunden. Zum Beispiel, ich. Normalerweise verbinden meine Freizeit mit anderen Freunden. Wir machen was ich gesagt habe. Wir sind aktiv. Wir sind aktiv. Wir sind aktiv. Aber wir sind aktiv. Wir machen zu viel Spaß. Nein. Okay. 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 Um Um When do Chef Vass? Not Vass, he was not Chef. Uh, Umdel is Vass. Vass, Vass. Vass, Vass. When do Chef Vass? Uh, ut ist do Also, um, was man, um, um, dann meet a byter, uh, to, to flashes a byter, über Segen? Meet a? Okay. If you were a chef, yeah, man, food, chef, daes, and then? Okay. You can say, how would you motivate your meter, Peter? Wie würdest du deine Mitarbeiter motivieren? Okay, simple question. Einfach, nicht kompensieren. Ich würde mit mir arbeiten, essen. Oh yeah, I don't understand. Ich akzeptiere die Antwort nicht. Das heißt, man muss viel schwer, hart arbeiten. Man muss ein Beispiel geben. Der Chef ist zum Beispiel. Und dann folgen die Menschen. Ich würde viel professionell arbeiten. Ich würde hart arbeiten, hart arbeiten, viel arbeiten. Meine Mitarbeiter unterstützen. Und noch ein Punkt. Okay, du verstehst. Okay, du verstehst. Okay, wir machen eine andere andere andere. Vielen Dank.